Ist da jemand? Nichts. Nicht einmal meine Zukunft. Unglücke. Das sind die wahren Beutezüge. Darf ich Ihnen nun diese Blumen schenken? Sie sind verwertet. Ich. Wenn er sich anstrengt, kommt er mir sogar halbwegs jung vor. Wir haben uns schon dreimal leidenschaftlich geküsst. Wenn ich mich anstreng, passiert gar nichts. Man hat sich doch, man stört sich nicht. Besitzt sich doch, gehört sich nicht. Damit man das verstehe, bezeichnet man es als... Äh... Sagen Sie mir eine Sache, die nicht egal ist. Wir sind nicht egal. Sie und ich. Sie müssen nur Mut fassen, so wie ich das mache, wenn ich allein bin oder auch wenn ich nicht allein bin. So, ich gehe jetzt ins Warnzimmer. Und wenn ich zurückkomme, ist hier alles wieder in Ordnung. Einverstanden? Das ist natürlich nicht.